Meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer gemeinsamen MeTime. Heute wollen wir wieder was unboxen gemeinsam, was Neues, auch für mich was Neues. Und wenn du schon gespannt bist, so wie ich, dann schnapp den Kaffee, den Keks, was auch immer dir gut tut. Und nach einem kurzen Tuss sehen wir uns dann wieder. Es gibt ja immer mal so Sachen da, googelt man so ein bisschen und denkt sich, mei, sowas gibt es doch bestimmt auch. Und so ging es tatsächlich mir bei dieser Box. Aber das Wichtigste zuerst, wenn du neu bei mir bist, auf meinem Kanal und dir dieser Kanal gefällt, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Oh, ich bin jetzt gerade trepphoch gelaufen. Ja, die Fellbox, fellbox.de. Was ist das? Wo kommt das her? Was soll das? Was macht das? Was kostet das? Also, die Fellbox kommt aus Bochum. Momentan kannst du sie für ab 16,72 Euro erwerben. Es gibt einmalboxen, drei, sechs und zwölfmonatige Abos. Und ich habe mir tatsächlich ein bisschen was aufgeschrieben, weil das ist eine neue Box für mich. Und ich habe sie kostenfrei zum Zeigen für euch zur Verfügung gestellt bekommen. Ich habe mich darüber sehr gefreut, weil ich habe da einfach mal angefragt und mir gedacht, ja gut, ich probiere es halt. Frechheit siegt. Also, wir haben jeden Monat über 50 Euro wert. 100% Weizen frei. Enthalten sind Snacks, Spielzeug, Pflegeprodukte. Und die Boxen werden immer zwischen dem 5. und 10. des Monats verschickt. Du kannst verschiedene Größen von deinem Hund angeben, klein, mittel und groß. Ich habe so einen kleinen Gag, das ist der, die liebe Sensi. Und die Box ist gekommen und sieht nicht schön aus. Ihr wisst, ich bin da so ein Verpackungsopfer. Und ich finde das einfach schön, wenn schon der Karton schön ist, obwohl es lächerlich ist. Ich weiß, dass mir ist das auch klar, aber mein innerer Monk sagt, oh, schöner Karton, da sind schöne Sachen drin. Ja, ich habe schon reingeschaut und was soll ich sagen. Ich werde mit euch die Box jetzt erst mal öffnen. Ich habe auch einen Rabattcode, meine ich, muss ich schauen. Und ich werde natürlich immer wieder in meinen Shorts das eine oder andere Spielzeug euch zeigen. Und auch wegen dem Futter werde ich vielleicht noch mal was sagen. Das muss man erst ausprobieren. Die liebe Sensi ist jetzt gerade einkaufen gefahren. Ich muss arbeiten, YouTube arbeiten und die Sensi fährt Schruppen mit dem Wapp. Aber ist egal, ich habe auf jeden Fall ein bisschen Papier drin. Und dann gucken wir mal, was das denn so schön ist. So, eine total süße Karte bekommen. Gab es da nicht mal so eine Comic-Serie? Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall, liebe Heike, wir freuen uns riesig, dass ihr im September die Fellbox testet. Und als Dankeschön für eure Unterstützung können eure Follower 10 Euro auf die erste Box sparen. Der Rabattcode, dem blende ich euch noch mal ein Sträuchschieber. Liebe Grüße, dein Fellbox-Team. Das finde ich sehr süß, muss ich sagen. Weil das finde ich immer sehr schön, wenn man als kleiner Influencer, wie man so schön sagt, auch mal die Chance erhält und nicht, wenn du erst 10.000 Follower hast. Ja, in diesem Sinne, wenn du neu bei mir bist, gerne abonnieren den Kanal. Und wenn ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr da seid. Also 10 Euro auf die erste Box, das finde ich sehr fein. Da kann man nämlich das mal testen und sagen, ist das was für mich? Ist das was für mein Haustier? Mag mein Tier das überhaupt? Weil meine Katzen zum Beispiel, die sind da so mäkelig. Da brauche ich gar keine Box, glaube ich, kaufen, bestellen. So, viel Spaß mit deiner Fellbox. Die Fellbox wurde mit Liebe gepackt von Maja. Okay, ist das nicht süß? Ich mag doch sowas, ihr wisst das, gell? So, was steht denn da noch drin? Okay, wir haben einen Zettel. Da steht auch noch mal was drin. Genau, zu dieser einzelnen Box jeweils. 100% Zucker- und Weizenfreie Produkte. Okay. Die Einzelbox kostet übrigens 29,95 Euro plus 2,95 Euro Versand. Drei-Monats-Abo-Box 27,95 Euro und sechs- oder zwölf-Monats-Abo 24,95 Euro. Gut. Okay. Auf Wunsch können sie sogar dank des Plus-Upgrades noch Überraschungen erhalten. Okay. Also das finde ich sehr schön, wenn man da so ein bisschen flexibler ist und nicht so starr eben mit den Produkten oder mit der Box. Und wir haben sogar noch ein Heftchen. Hallo? Und das ist so niedlich. Okay. Das heißt, in der Box ist ein Heft. Das sind die ganzen Mitarbeiter anscheinend. Genau. Meine Box hat die Maja gepackt. Liebe Grüße, Maja. Und dann steht noch ein bisschen was dazu. Hund des Monats. Oh, das finde ich toll. Ein paar Bilder sind dabei. Zum Beispiel zu den Snacks ist was geschrieben. Zu dem Futter ist was beschrieben. Oh, das finde ich echt toll. Oder zu dem Spielzeug, was enthalten ist. Oh, das schaue ich mir nachher sehr gerne an. Sowas mag ich. Wir brauchen hier nicht drüber reden, dass die Produkte wahrscheinlich selbsterklärend sind. Ja. Aber ich bin ein Fan davon, wenn ein Heft dabei ist. Und ich kann noch mal nachlesen. Oder wenn ich zum Beispiel sage, wo gibt es die Firma, www, bla, schlag mich tot, wie auch immer. Dann kann man das in dem Heft noch mal nachlesen. Vielleicht ist das Spielzeug bis dahin schon zerstört. Also finde ich auf jeden Fall sehr schön. Wir greifen jetzt einfach mal endlich in die Box hinein. Und dann schauen wir mal. Weil ich glaube, die liebe Sensi wird sehr begeistert sein. Neue Spielzeug zu Agatha. Weil sie hat nämlich in letzter Zeit sehr viel zerstört. Und das erste, was wir hier haben. Twinkles. Paulino. Das ist wahrscheinlich irgendwas Spezielles. Ich gucke doch mal in das Heft. Weil bestimmte Sachen kenne ich dann wieder nicht. Oder bin ich ganz up to date, was so der Markt hergibt. Und zwar das Waulino Tamadocchi. Tamadocchi. Ah, genau. Ich wusste doch, dass das... Ein Tamadocchi. Ist es ein Ball? Ein... Oh, ein Quietschball. Oh, das mag Sensi total gern. Ich glaube, das wird sehr gerne verwendet. Man kann es schön werfen. Und nicht waschbar. Okay, ich habe eigentlich immer alles in die Waschmaschine geschmissen. Ich werde hier keine Preise raussuchen. Ich finde das auf jeden Fall sehr schön, muss ich sagen. Und alles, was quietscht, mag Sensi sowieso sehr gerne. So, greifen wir jetzt nächstes rein. Und das, da bin ich schon richtig gespannt drauf. Weil das habe ich nämlich in dem Heft schon gesehen. Und zwar gibt es so eine Snacktasche. City-Style. Weiß ich jetzt nicht, ob das zum Einsatz kommt. Wahrscheinlich hat den Hintergrund. Weil, wenn man nämlich zum Beispiel so ein Gacki-Böte oder so mitnehmen muss. Oder wenn wir abends einfach Gassi gehen. Dann habe ich immer keine Handtasche oder so mit. Sondern da könnte ich so eine kleine Tasche mitnehmen. Genau. So eine Tasche. Und die könnte man auch einfach nur an den Gürtel machen. Okay. Da ist nochmal ein Bild. Ja, das finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Weil dann könnte ich nämlich alles so Kleinkram. Wo ich weiß, das nehme ich immer mit. Einfach in der Nähe von der Leine aufbewahren. Für meinen Mann wäre das jetzt nichts. Das hat einen Umfang von 85 bis 1,55 Meter. Also dieser Gurt. Aber was mir gut gefällt. Es ist neutral. Es ist nicht farbig. Und das heißt, selbst wenn ich das mein Mann meine Hand drücke, dann sagt er nicht. Hier ist eine Mädchentasche. Greifen wir wieder rein. Und auch hier bin ich wieder gespannt. Und ich schaue ins Heft. Wir machen das jetzt so, weil ich glaube, das ist der beste Weg, um euch keine falschen Informationen zu geben. Und zwar haben wir der Vaolino Dockdento. Okay. Ist von Mario oder Mario Kart. Okay, das kenne ich gar nicht. Quietscht das? Ja, quietscht auch. Ist das ein Radio oder was ist das? Das ist ein Controller. Ah, okay. Das ist ein Controller. Man sieht, das ist nicht mehr meine Altersgruppe. Also hier tut man wahrscheinlich drücken und da ist es hoch und runter. Ja, es leuchtet mir schon ein. Aber ich hätte es tatsächlich nicht erkannt. Zensi wird es freuen, dass es quietscht. Und das finde ich auf jeden Fall mega. Alles, was quietscht, kommt bei uns sehr gerne zu Hause rein oder an. So, ich glaube, ich fange jetzt mal an mit dem Heft von vorne an. Sonst rusche ich mich da durch. Und zwar haben wir hier etwas Schwarzes. Ich sage, das ist Leberwurst. Und zwar Lottis Häppchen. Genau. Ein besonderer Belohnungssnack für Training, Erziehung und Spaß. 75 Gramm. Weil normale, handelsübliche Leberwurst, die ja wirklich gewürzt ist, soll man ja nicht verwenden. Deswegen finde ich das sehr schön. Und auch das wird unser Hund Zensi sehr gerne verspeisen. Schauen wir mal, was als nächstes drin ist. So, ich denke mal, das sind so Snacks. Gucken wir mal weiter. Nein, jetzt kommen die Dosen. Gut. Also, wir haben zwei Futterdosen. Und zwar wird es geschrieben mit V. Futter. Pflanzlich. Vollwertig und lecker. Mit Fisch und mit Wild. Wir sind tatsächlich jetzt auf so kleine Sachen umgestiegen, weil unser Hund so mäkelig ist mit dem Fressen. Das ist ein typischer Dackel. So, oh, jetzt hast du neues Futter. Kann ich jetzt mal probieren. Hm, zwei Tage später. Ganz schlimm. Wir haben hier eine Dose mit jeweils 400 Gramm. Ich bin gespannt, ob sie es mag. Grundsätzlich finde ich solche kleinen Dosen immer besser wie diese großen, was sind das, 800 Gramm Dosen. Auch wegen dem Fliegen im Sommer. Also, das werde ich auf jeden Fall mal testen mit ihr. Da gibt es zwei, vier, sechs, acht verschiedene Sorten. Und du kannst zum Beispiel, wenn du da bestellst, 20% sparen und der Rabattcode heißt FAILBOX20. Also, wenn ihr da einfach mal schauen wollt, finde ich gar nicht schlecht. Und wenn man sich, Futter muss man ja sowieso kaufen. Und ich sage mal, wenn man sich da was sparen kann, kann ja nicht schaden. So, jetzt gucken wir mal weiter. Jetzt haben wir hier ein Leckerli. Darauf fährt sie auch ab. Und das hatte ich tatsächlich schon ein paar Mal in der Hand von Trixi. Diese Kauknochen. Das ist wirklich eine gute Beschäftigung. Jeweils 60 Gramm. Das ist ein Ochsenzimmer mit irgendwas drin. Was ist denn da drin eigentlich? Ich kann es euch gar nicht immer so genau sagen. Oder ist das das Ochsenzimmer, was da drin ist? Was auch immer das ist. Also, das ist im Endeffekt so ein Snack. So zum Kauen. Ich persönlich mag sowas sehr gerne, wenn die Hunde sowas, damit die Zähne einfach schön weiß bleiben. Damit sich weniger Zahnstein bildet. Ich bin kein Tierarzt. Also, das ist nur Theorie von einem Hundebesitzer. Aber auch diese mag sie sehr gern. Deswegen freue ich mich, dass die in der Box drin sind. Und dann haben wir was Spaceiges drin. Sieht aus wie so im Waschbecken so ein Abpumper. Und zwar ist es ein Begleiter für Abenteuer. Und zwar ist das wahrscheinlich eine Flasche. Ah, genau. Du machst die Flasche voll. Und oben ist so ein Loch. Und dann kannst du das hochdrücken. Dann kommt da Wasser raus. Das heißt, wenn du unterwegs bist, da kann der Hund draus schlürfen. Und du musstest dann nicht immer irgendwo einen Becher haben und so. Das finde ich sehr schön für unterwegs. Werden wir testen beim nächsten Urlaub. Und jetzt kannst du auch einen Rucksack dran machen. Also schön durchdacht. 550 Milliliter würde wahrscheinlich auch für einen größeren Hund reichen. Finde ich aber wirklich gut, weil wir wandern sehr gern. Zwar noch nicht so viel mit der Zensi. Aber jetzt können wir testen, weil wir brauchen keinen Becher mitnehmen. So, dann haben wir nochmal von Trixi. Denta Fun mit Büffel. Okay, das sind so Cow Snacks. Habe ich bisher nur Ente gekauft. Bin gespannt, ob sie das auch mag. Auch das finde ich einfach schön für zwischendurch. Sie weiß schon, wenn dieses Geräusch kommt, dann gibt es irgendwas in der Küche. Blöd, wenn es natürlich für uns Lebensmittel sind. Mozzarella oder irgendwas. Aber hier sind 70 Gramm drin. Das reicht ein paar Tage, fast eine Woche bei uns. Und ich kaufe sowas tatsächlich immer wieder gerne. Und ich finde es auch gut, wenn sowas in Boxen drin ist. Dann kann man das mal ausprobieren, wenn man so einen mäglichen Dackel hat wie wir. So, dann stehen noch ein paar Abenteuer-Tipps. Man könnte zum Beispiel auch ein paar Snacks selber kochen. Ist drin. Dann sind noch ein paar Snacks zu unterwegs. Auch getreidefrei. Okay, für kleine Momente unterwegs. Mai ist das süß. Habe ich noch nie gesehen. Also wie so kleine Gutzle, die man in diese Transporttasche vielleicht reinmachen könnte. Finde ich sehr schön. Wahrscheinlich verschiedene Sorten drin. Huhn, Ente und Pferd. Okay. Und auch das wieder gut. Man kann die Geschmacksrichtung testen. Beziehungsweise der Hund. Ich würde es jetzt selber nicht probieren. Ich würde vielleicht mal dran riechen. Mache ich aber auch eher nicht. Aber nachdem die auch einzeln eingepackt sind, finde ich das gut für diese Tasche für unterwegs. Dann braucht man nicht wieder eine extra Tüte, sondern man hat das schon eingepackt. Und dann ist es eine saubere Sache. So, dann haben wir noch zwei Sachen hier drin. Dann, eine kleine Karte. Okay. Der Kot. Gut. Und wir haben, was bist du? Ah, nochmal eine Nassnahrung. Duck and Turkey. Und zwar Fleischsaftgarung. Okay, 185 Gramm. Das finde ich auch nicht schlecht, weil ich mag nicht diese Dosen immer so gerne. Also nicht jeden Tag. Wenn wir jetzt zum Beispiel in Urlaub sind, mag ich gerne sowas. Das finde ich halt zum Wegwerfen einfach schöner, weil wenn ich jetzt im Hotel bin, finde ich es immer schwierig mit den Dosen. Die Dosen mag ich lieber zu Hause. Es gibt ja auch so Beutel, wo du Nassnahrung drin hast. Also das finde ich auf jeden Fall richtig schön. Ich fasse nochmal zusammen. Also einmal Nassnahrung. Einmal Spitzelk. Zweimal Spitzelk. Ein Snack. Einmal Leberwurst. Einmal Futter. Nochmal Futter. Was zum Snacken. Was für unterwegs. Nochmal was zum Snacken und Belohnen. Einmal unser Rabattcode für euch. Ein Heftchen. Und die Tasche für unterwegs. Und was soll ich sagen, wenn ich da 16,72 Euro jetzt bezahlt hätte, finde ich den Mehrwert sehr geil, sehr schön. Und kann ich euch echt empfehlen. Und vielleicht auch, wenn jemand sich neu ein Haustier anschafft. Einfach mal so als Starterpaket. Finde ich das eine tolle Idee. Dann kann man sagen, Mensch, du hast doch noch gar nicht so viel Spielzeug. Und du weißt doch noch gar nicht genau, was dein Hund gern so mag. Was es für Snack gibt. Dann kann man so eine Box einfach mal auch verschenken. Dann kann man demjenigen vielleicht auf einem anderen Weg mal was Gutes tun. Weil, sind wir doch mal ehrlich, wenn wir so ein niedliches Haustier haben. So einen kleinen Welpen. Oder ganz neu vom Tierheim. Einen Hund oder wo auch immer du den her hast. Dann möchte man ganz viel Liebe und ganz viel Geld reinstecken. Und das tut gar nicht weh, wie wenn man selber im Laden geht und sich selber was kauft. Also schaut es gerne mal auf die Webseite. Ich verlinke sie euch unten in der Infobox. Bedanke mich recht herzlich. Bin über die Box mehr als begeistert. Und freue mich. Vielleicht kriege ich nochmal eine. Würde ich mich freuen. Schauen wir mal, was dann im nächsten Monat drin ist. Auf jeden Fall würde ich euch die Box sehr empfehlen. Und wie gesagt, ihr werdet das eine oder andere Produkt auf TikTok oder auf einem Reel oder in einem Short wiedersehen. Und dann schauen wir mal, ob Zensi das schmeckt, gefällt oder wie auch immer. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, wie immer, bleibt mir schön gesund. Euer Heike.